So, das dritte Team ist endgültig hier eingetroffen. Wir freuen uns darüber. Mats Hummels und Julian Brandt sind hier. Luisa gehört ebenfalls zum Team. Ihr wisst, um was es geht. Schnell rein, schnell raus heißt diese Challenge. Und ich drücke euch natürlich die Daumen. Die Geheimfavoriten sind sie übrigens für mich. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Du hast den Kurs noch im Kopf? Ja. Habe ich es gut vorgemacht? Mats, Mats. Das ist übrigens nicht so einfach hier drin. Das ist ein schönes Playmobil-Ausbieter. Linienberührung ist vorbei. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wow, wow, wow. Ja, schön. Super eingeschlagen. Mach noch einen Meter. Mach noch einen Meter. Du hast noch massig Platz, massig Platz, massig Platz. Immer noch. Ja, jetzt kannst du jetzt rückwärts fahren. Aber ich glaube, das war nicht so gut eingeschlagen, leider. Warte, 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 warte. Okay, komm. Geht noch, geht noch, geht noch. Geht noch weiter, 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 weiter. Und stopp. Ja. Einschlagen. Da kommst du vorbei. Ja, kommst vorbei. Kommst vorbei. Ja, jetzt kannst du schon wieder rückwärts und locker raus. Warte, Pylone, Meter, kommt noch ein Meter, kommt noch ein Meter. Und vorwärts raus, Junge. Ja, das geht ziemlich mit diesen Knöpfen. Ja, das ist. Darf ich schieben? Zack. 32 Sekunden, wie angekündigt, oder? 42 Sekunden, 42 Sekunden, das heißt, drei Punkte für euch. Ah, drei Punkte, ich dachte, Platz 3. Ja, wie komm ich hier raus? Drei Punkte nehmen wir, ist gut, ist gut, ist gut. Das ist sehr gut, sehr gut. Der nächste Wettbewerb heißt Slalom, Mats Hummels fährt. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, lass mich doch mal versuchen, wie das Ding hier reagiert da oben. Ich war voll rauf. Das sieht wirklich gut. Oh, jetzt stopp. Genau, Luisa kommt. Yes. Luisa, top. Weiter geht's. Inklusive Kommando, dass ich wieder losfahren soll. Ein Traum. Vorsicht. Und jetzt geht's übers Ziel. 59 Sekunden, zwei Punkte. Moment, steht Luisa die ganze Zeit da hinten am Ball? Dritte Disziplin. Hast du Angst um Luisa? Ich hab sehr viel Angst um Luisa. Luisa hält den Ball fest. Oh Gott. Ja, aber die lässt rechtzeitig los. Läufst du eine Sekunde bevor der Einschlag kommt, bitte weg. Gut. Mats hat nicht sonderlich viel Vertrauen in seine Fahrkünste. Auf die Plätze. Fertig. Mats. Zeig jetzt deinen Backsteinfuß. Backsteinfuß. Abfahrt jetzt. Dritt auf. Schneller geht der gar nicht. Ich bin eine Katastrophe vor dem Tor. Da möchte ich mal hören, was dein Partner sagt. Er hätte lieber köpfen sollen, als ich halt schießen. Fünf Punkte insgesamt ganz kurz. Zufrieden? Nein. Ne. Luisa? Ausbaufähig. Okay, jetzt geht's zum Quiz-Taxi. Du kannst einiges gut machen. Auf geht's. So, wir sind jetzt wieder im wunderschönen Opel Astra Plug-in Hybrid. Den gibt's übrigens ab dem 7. Mai bei eurem Opel-Händler. Und bei uns geht's jetzt weiter mit dem Quiz-Taxi. Im Auto sind Roman und Luisa. Wie viele Tore hat der BVB in den 10 Jahren Partnerschaft mit Opel in allen Pflichtspielen geschossen? 21, 22 wird natürlich nicht komplett berechnet, sondern nur die Hinrunde. Haben sie geschossen in den 10 Jahren? A. 978, B. 1030 oder C. 1745? Sollen wir die 1030 nehmen? 1047. 1047 gibt's zwar nicht. Das ist zwischen B und C. 1030, können wir uns da drauf einigen? Dann nehmen wir das, ja. Ihr habt den Rögel! Ja! Ich wusste es doch. Die nächste Frage kommt nicht von mir. Schaut bitte auf das iPad. Wie oft passt der ROX-E in eine Parklücke der Länge 19,09 Meter? Fünfmal, siebenmal oder neunmal? Vielleicht neunmal. Und meinst du wegen neunmal? Ja, okay. Wir würden sagen neun. Was glaubt ihr, wie lange das Auto ungefähr ist? Also grob würde ich mal sagen zwei Meter, vielleicht nicht ganz. Zwei Meter, ein Auto, was zwei Meter lang ist. Nommi ist ein guter Quizmaster, der verunsichert einen. Boah. Wir sagen neunmal, das war unser erster Impuls. Darauf gehen wir auch wieder zurück. Und das ist falsch. Leider. Das ist zwei Meter fünfzig. Oh. Also zwei Meter einundvierzig. Das sah nicht nach zwei Meter fünfzig aus. Absolut nicht. Jetzt geht's, müsst ihr wieder das iPad in die Hand nehmen. Dort seht ihr Bilder. In diesem einen Bild sind zwei BVB-Legenden versteckt. Auf geht's. Lars Ricken. Ja, und wer noch? Schmelle. Ja. Ja. Wer? Schmelle und Lars Ricken. Und das ist richtig. Perfekt. Ihr dürft euch ruhig freuen. Ja. Das bin ich und Foschi, Amroso, De Deos. Scheiße. Jetzt haut gleich hin durch. Es ist so einfach. Ey, eindeutiger kann man es doch nicht. Gar nicht. Kalle, wie sieht ihr? Kalle, hat hier Kalle so einen Bart? Drei. Nobby. Zwo. Eins. Null. Und jetzt sag. Nobby oder Roman? Nein. Roman und Ovo. Nein. Ah, ja. Das ist nur wirklich einfach. Zorki und... Teddy de Baird? Oder Martin Gray? Nein. Nobby. Nobby und Zork? Oder... Nobby und Zork. Richtig! Ja! Lippen lesen. Ihr bekommt Begriffe. Und diese Begriffe müsst ihr heran. Zeit läuft eine Minute ab der Zeit. Ganz laut sprechen. Ganz normal. Rasen. Sprenkler. Ja. Schwer. Flutlicht. Flutlicht. Flut. Licht. Nachspielzeit. Ich check's nicht. Ganz ehrlich. Konter. Nimm mal einen anderen Begriff. Ähm... Borsigplatz. Mach der doch die ganze Zeit. Sag nochmal. Borsigplatz. Borsigplatz? Ja! Ja! Strom. Ökostrom. Ökostrom. Richtig! Nachspielzeit. Nachspielzeit? Ja! Ladesäule. Säule. Hä? Ladesäule. Irgendwas mit Laden. Ja, genau. Und was ist das für ein Auto? Ladesäule. Lade? Säule. Säule. Ladesäule. Ja! Ja! Zwei, eins und Schluss. So, jetzt stehen wir hier am wunderbaren Mokka E. Und die beiden müssen schätzen, wie viele Bälle in dem Auto sind. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit und wenn ihr soweit seid, sagt mir eure Zahl. Okay, let's go. Komm. Schau mal. Also wir müssen richtig hoch am besten ansetzen. Also ich glaube, da ist so viel mehr drin, als wir denken. Roman und Luisa, was glaubt ihr, wie viele Bälle sind im Auto? Also ich sage, es sind auf jeden Fall über 200 Bälle. Ich sage 222 Bälle. 222 Bälle. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was Mats und Julian gesagt haben. Reihen, quetschen und dann haben sie einfach mal was. Wir sagen 100,09. Ihr wart gut. Ich kann euch wirklich gratulieren, ihr wart gut, aber es hat leider nicht gereicht. Und jetzt kommt es, Quiztaxi-Gewinner 2022. Lea, Patrick Ovomoyela, Raphael Guerreiro und Torgan Hazard. Die Gewinner vom Quiztaxi 2022 stehen fest. Hier sind sie, also fast alles hinterher. Torgan Hazard ist nicht dabei, der konnte heute nicht, aber Raphael ist da. Raphael, are you happy? Ja, natürlich. Ich bin sehr froh, dass wir das Quiztaxi gewinnen. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt eine große Legende des Klubs. Genau. Lea, du auch. Es gibt natürlich tolle Preise wieder zu gewinnen. Ein BVB-Mobil, der Extraklasse. Ihr habt sicherlich Verwendung dafür. Rapha, for the children. Or me, I don't know. Ovomoyela ist sicherlich auch einer deiner größten Trophäen, oder? Wahrscheinlich der größte Triumph, den ich einfahren durfte. Auch mit dem BVB. Alles, was vorher war, ist natürlich absolut in den Schatten gestellt. Nicht nur durch dieses, wie hast du es genannt, BVB-Mobil, sondern durch diesen Erfolg gemeinsam mit Toto, Rapha, Lea und Leben. Typische Reporterfrage, was war ausschlaggebend für den Sieg? Also es war eine gute Vorarbeit von Rapha und Toto, das muss ich sagen. Aber letzten Endes war es Lea. Lea hat dann das i-Tüpfelchen draufgesetzt und durch ihre Einschätzung bei der Bällefrage. Dadurch haben wir es gewonnen. Also vielen Dank nochmal dafür. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch. Und das war es vom Quiztaxi 2022. Nochmal Glückwunsch an alle. Also toller Wettbewerb wieder. Und ich glaube, wir gehen alle stolz nach Hause.